Was geht ab, Leute? Am Sonntag kommt die erste Folge meines Podcastes Olive Talk To. Ein Projekt, was ich schon länger machen wollte. Ich wusste noch nicht, was für ein Format ich dafür wählen sollte. Jetzt habe ich mich entschieden, ein Podcast soll es sein. Und das kommt in Form von Interviews, die ich mit Freunden von mir gemacht habe, alle möglichen Genres. Ziel dieses Podcastes ist nämlich, aufstrebenden Musikern eine Plattform zur Vorstellung ihrer Musik zu geben und einen Austausch in der Musiker-Community anzuregen. Das heißt, wenn ihr euch für Musik begeistert, wenn ihr Musiker seid, wenn ihr einfach Spaß habt an Musik hören, keine Ahnung, dann hört euch das an und vielleicht könnt ihr daraus Inspiration ziehen, könnt euch Tipps holen oder so. Wichtig ist, dass wir im Gespräch bleiben, kommentiert, teilt und das Ganze wird wahrscheinlich wöchentlich kommen, jeden Sonntag, also Sonntag die erste Folge und dann die darauffolgenden Wochen, die nächsten Folgen immer sonntags. Also dann, wir werden uns hören am Sonntag bei der ersten Folge Olive Talk 2. Peace!